Hi Leute! Willkommen auf meinem Kanal. Willkommen bei OLLI UNCUT TV und zu einem neuen Format. Ich habe mir überlegt, das habe ich mir schon öfter überlegt, ich habe es auch schon öfter erwähnt, ein neues Format auf meinem Kanal zu veranstalten. Ich nenne das Ganze Feedbacks. Das Ganze stammt von dem Wort Feedback, also da gebe ich dann meine Meinung über zuvor gesehene Filme und Serien und heute sind gleich drei Filme oder beziehungsweise Serien ausgesucht worden. Ich möchte dieses Format auch ausweiten. Ihr könnt mir da selbstverständlich auch in die Kommentarfunktion einschreiben, was ihr da mal Bock hättet, wo ich meine Meinung preisgebe. Heute geht es um Chucky die Serie, dann den neuen Leatherface, der seit gestern, gestern dem 18., Freitag den 18.02. auf Netflix zu sehen war. Leatherface habe ich mir direkt mal reingezogen. Ich bin von der Arbeit gekommen und habe mir direkt Leatherface reingezogen. Meine Meinung dazu kommt dann gleich. Und dann habe ich mir vorgestern damit angefangen, bin aber eingepennt. Nach der Arbeit Filme schaffe ich echt nicht mehr, also dafür bin ich zu alt. Vor allem in der Spätschicht, da ist der Akku dann irgendwann leer und ich packe da echt keinen Film mehr. Deswegen haben wir den heute, meine Frau und ich, nachgeholt. Ghostbusters Legacy oder Afterlife, wie er auch heißt. Dazu kommt jetzt auch meine Meinung. Ich fange an mit Chucky. Chucky, diese Serie läuft auf Sky. Wir haben uns nicht nur wegen dieser Serie, aber auch Sky angeschafft, Sky Ticket. Wir haben ja schon Amazon Prime, Disney Plus, Netflix als Streaming-Anbieter. Von Amazon Prime haben wir uns aber aus verschiedenen Gründen getrennt. Da haben wir das Abonnement nicht verlängert. Das läuft jetzt auch aus, ich glaube Ende diesen Monats. Ist aber ein anderes Thema. Und ja, Sky haben wir mit und da wegen Chucky der Serie uns angeschafft. Und ich muss sagen, die ersten fünf Folgen sind bis jetzt, ich glaube immer mittwochs kommt die neue Folge. Dienstag oder Mittwoch. Das finde ich eigentlich schade, weil ich bin jemand, wenn ich mal eine Serie gucke, gucke ich auch gerne mal zwei, drei oder sogar vier Folgen hintereinander. Dass ich da voll in den Flow so reinkomme. Ja und immer eine Woche pro, eine Folge pro Woche finde ich jetzt ein bisschen mager. Ist aber in der Regel so bei Serien, wenn die frisch raus sind. Ich habe mir bis zur vierten Folge, habe ich mir Chucky als ganz sympathische Serie, habe ich das empfunden. Mit der fünften Folge kommt, Achtung, Spoiler-Gefahr, ja, kommt Tiffany mit ins Spiel. Und auch Charles Lee Ray, bevor er Chucky wurde, wird da mehr behandelt. Also man möchte da sehr groß die Hintergrundgeschichte und alles ein bisschen auffahren. Und warum Chucky eine besessene Killerpuppe ist und wer Charles Lee Ray genau ist. Und das ganze hin und her Prozedere, das ist mir persönlich nicht mehr ganz so lieb und teuer, muss ich sagen. Da fand ich jetzt die Serie bis zum vierten Teil doch recht angenehm und erfrischend. Jetzt mit Tiffany finde ich es ein bisschen lahm und was man sich da aus den Fingern gesogen hat. Ich meine, wer die Filme kennt, weiß, dass es irgendwann mal so eine Kehrtwendung gab und Chucky nicht mehr als zu interessant eingestuft wurde. Ja, und dann Tiffany und später dann auch noch der Glenn oder Glenda, ja, Fuckface, Shitface, Shitface heißt er, glaube ich, ja, nicht Fuckface, noch mit ins Spiel kam. Da wurde das Ganze doch ein bisschen cheesy und genauso empfand ich jetzt die fünfte Folge der Serie. Ich bin gespannt, wie groß die Serie noch weitergehen wird, ob es da gar eine zweite Staffel geben wird. Ich weiß es nicht. Habe ich mir jetzt auch gar keine Gedanken gemacht. Die Synchronstimme vom Chucky finde ich ganz passend. Also das ist der Synchronsprecher, der auch für Jack Black oder Robert Downey Jr. spricht. Ja, finde ich eigentlich eine sympathische Stimme, die mir persönlich für Chucky doch wohl sehr angemessen vorkommt. Und wie gesagt, bis zur vierten Folge konnte ich dem Ganzen noch gut dabei sein. Bei der fünften Folge hat es mir schon gar nicht mehr so gefallen, kann aber auch meine persönliche Tagesform sein. Mal gefällt einem ein Film besser als das nächste Mal oder umgekehrt. Ja, das kann alles vorkommen. Und ja, das soll auch mein kleines Feedback sein zur Serie von Chucky. Wer da jetzt kein Sky hat, der kann sich vielleicht mal so einen Probemonat gönnen oder was. Ja, ich glaube, das hatten wir nicht mal. Wir sind direkt eingestiegen ins Sky-Programm. Aber egal, da gibt es jetzt auch nicht so weltbewegend große... Also wer jetzt Amazon Prime-Kunde war und das ganze Prime-Prozedere kennt, so ähnlich geht es bei Sky ab. Nur mit deutlich weniger Filmen, so kommt es mir vor. Aber egal, Chucky, für Chucky-Fans bestimmt interessant. Für mich persönlich war es jetzt doch ab der fünften Folge ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen. So, ja, das war es zu Chucky, die Serie. Ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich muss aber sagen, mittlerweile beäuge ich gewisse Filme und Serien anders und bewerte sie auch anders. Früher war für mich ein Film entweder gut oder schlecht. Oder ja, da gibt es jetzt momentan doch einige mehr Facetten, die ich auch begutachte, während ich einen Film schaue und ihn dann für mich persönlich einstufe. Ich bin ja keiner, der Punkte vergibt oder so und sagt, hey, das ist eine 10 von 10. Ich habe ja auch die Kommentare und jetzt kommen wir direkt zum nächsten Titel, den ich da bewerten möchte und mein Feedback dazu geben möchte. Und das ist The Texas Chainsaw Massacre aus dem Jahre 22. Ja, also wie gesagt, seit gestern auf Netflix zu sehen. Dazu muss ich sagen, ich habe die Bewertungen ab gestern Mittag schon gelesen. Also habe das Ganze per Facebook auch schon verfolgt, wie die Bewertungen da eingetrudelt sind. Und ich muss sagen, da kam wirklich von alles der letzte Rotz bis zum genialsten Film ever, habe ich da alles gelesen. Also wirklich viele haben da 10 von 10 Punkten vergeben oder viele haben gesagt, was für eine absolut unnötige Scheiße. Das war Lebenszeitverschwendung, ja. Und ich muss sagen, ich bin da so mittendrin. Ich bin da jetzt so mittendrin in der Bewertung und sage 50-50. Irgendwie hat mir der Film, hat er mich unterhalten, wegen dem Brutalitätsgrad, wegen den Kill-Szenen. Aber er kam mir jetzt genauso vor wie ein neuer, sage ich jetzt mal, Michael Myers. Das sind ja zwei in die Jahre gekommenen Herren, ja, die man so schon eine ganze Weile auch beobachtet, ja. Und ich meine Leatherface, man wollte irgendwie an den ersten Teil von damals anknüpfen, hat die Hintergrundgeschichte da noch ein bisschen mit einfließen lassen, weil das junge Publikum oder das jüngere natürlich nicht weiß, um was es da geht und einfach denkt, oh, Texas Chainsaw Massacre habe ich schon mal gehört, der ist geil. Es gibt mittlerweile neun Filme von dieser Texas Chainsaw Massacre Geschichte, wobei ich sagen muss, mir persönlich und ich bin persönlich ein ganz, ganz, ganz großer Fan von Michael Bay's Remake. Das ist für mich der beste Leatherface-Streifen und auch The Beginning oder Texas Chainsaw 3D. Das sind so meine persönlichen Lieblinge. Ich fand dann auch Leatherface, von wann waren der? 2013 oder 2016? Also dieser Leatherface an sich, der war auch noch anschaubar für mich persönlich mit einem relativ hohen Gewaltgrad. Aber der von gestern, der war eigentlich von den Kill-Szenen unterhaltsam. Nur die Story war total plump. Man hat dann irgendwann mal eine alternde Lady gesehen. Die hat mich auch total an Michael Myers, hier diese Laurie Strokes oder wie heißt sie, erinnert. Ja, das ist eine in die Tage gekommenen grauhaarige Lady, die jahrzehntelang drauf gewartet hat, sich rächen zu können. Und was macht sie da? Statt ihm schießt sie an die Wand. Und das waren alles so Szenen. Da habe ich mir gedacht, total gut vorbereitet, Madame. Also von Logik brauche ich hier gar nicht reden. Dann hat man ganz am Anfang versucht, für das ganz neue Publikum da zu sein. Und hat dann Influencer mit ins Spiel gebracht, die jetzt mit Handys rumwurschteln und alles sind irgendwelche YouTuber oder Blogger oder wie das ganze neu moderne Zeug heißt. Und das einzige, was dabei rumkommt, ist dann ein tierisches Gemetzel, was sich dann meistens innerhalb von einem Fahrzeug aufhält, um das Ganze natürlich vielleicht ein bisschen klaustrophobischer zu gestalten. Ich weiß es nicht genau. Also ich persönlich bin kein großer Fan von diesem Film geworden. Ja, ich werde ihn selbstverständlich noch ein zweites Mal anschauen, vielleicht auch ein drittes Mal. Aber ich muss sagen, das, was sie erreichen wollten und ich glaube, der Hype, der um diesen Film gemacht wurde, bald kommt ein neuer Leatherface. Ich habe mich wirklich sehr darauf gefreut. Ja, bis ich ihn dann geguckt habe, habe ich mich sehr darauf gefreut. Und ich muss sagen, sie haben da viel nicht richtig gemacht, meines Erachtens, was jetzt ein Michael Bay viel richtiger gemacht hat. Ja, er hat sich viel mehr an die Grundstory gehalten, hat die Charaktere auch glänzen lassen. Er hat da wirklich mit den Charakteren, mit den vier, fünf jungen Darstellern und dem Sheriff und wie sie alle heißen, wirklich geil abgeliefert. Aber gestern, man konnte wirklich sich in keinen Protagonisten so reinsteigern und sagen, hey, der muss überleben, diese Person muss überleben oder Leatherface. Vor allen Dingen wurde dann ein Riesengeschiss drum gemacht, ey, unbedingt den Film bis zu Ende gucken, guckt den Abspann noch an, weil danach kommt nochmal eine Szene. Jetzt Spoiler, wer es nicht wissen will, der hält sich die Ohren zu oder macht aus. Man sieht tatsächlich, Leatherface, fünf Sekunden, wie er einen Weg lang läuft Richtung Haus, Richtung zu einem Haus. Und zwar wie ein alter Mann, er ist ja auch ein alter Mann, ja, aber mit der Säge in der Hand läuft er Richtung Haus. Fünf Sekunden, länger ging das nicht. Das ist die Szene, auf die alle gewartet haben. Passt aber optimal zum Füllen, muss ich sagen, passt zum Füllen, lahmarschig, ja. Außer die Kills, die waren okay, die waren wirklich vom Brutalitätsgrad höher als bei anderen Streifen. Aber auch da, muss ich sagen, hat Michael Bay's Texas Massacre auf jeden Fall sehr, 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 sehr besser abgeliefert, ja. Also da konnte man wirklich fühlen, den Schmerz fühlen, ja, wie einer an der Kette aufgehangen wird oder jemand mit der Säge in zwei Hälften gesägt wird. Das gibt's auch in dem neuen Teil alles, ja, aber nicht auf die Art. Da denkt man nur, oh, das hat wehgetan, aber nicht so, oh, scheiße, stellt euch mal vor, ja. Also die Atmosphäre war auch nicht sehr, sehr dicht, muss ich sagen. Hat mir nicht so zugesagt. Ich vergebe auch keine Punkte. Es kann, wie gesagt, auch gestern wieder an meiner Tagesform gelegen haben, ja, nach so einer Spätschicht noch so einen Film gucken. Ist vielleicht nicht immer eine gute Idee, aber ich wollte ihn unbedingt gucken. Wie gesagt, ich werde ihn auch noch mal ein zweites Mal gucken, aber ich muss sagen, hm, so richtig umgehauen hat er mich nicht. So, das war mein Feedback zu Leatherface aus dem Jahre 2022, ja, ganz neu auf Netflix. Und jetzt kommen wir dann zu einem Film, da habe ich mir das Steelbook bestellt. Ich fand damals in den 80er Jahren den ersten und den zweiten Teil gut. Irgendwann vor ein paar Jahren kam dann noch mal ein Reboot, Remake, wie auch immer, mit ein paar Ladies statt ein paar Männern. Und das war ein absoluter Griff ins Klo, meines Erachtens, ja. Der Witz war absolut witzlos. Man wollte total lustig sein, die ganze Zeit mit irgendeinem jungen, vermeintlich jungen Humor. Dann ein Chris Hamphurst oder, ich kann den Namen richtig aussprechen, ja. Du wirst schon, wen ich meine. Thor, ja. Absolut fehlbesetzt, ja, und der komplette Film eigentlich nur Mist, ja. Das Cameo von Bill Murray war für den Arsch, meines Erachtens. Der hat da gar nicht reingepasst. Man wollte einen Gastauftritt von niemandem, den man aus den anderen zwei Ghostbusters, ja, ihr wisst ja schon, um was es geht, den anderen zwei Ghostbusters geht, so ein Gastauftritt von Bill Murray. Und meines Erachtens war das ein unnötiger Streifen hoch 10, ja. Das war irgendwas Dämliches. Meiner Meinung nach, schlechter Film. Einfach nur schlecht. Jetzt mit Afterlife. Ich habe ja vor geraumer Zeit irgendwann mal den Trailer gesehen. Ich glaube, war das sogar im Kino? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war dieser sehr, sehr ruhig und hat extrem gut zu so einem neuen Teil gepasst. Da habe ich mich echt drauf gefreut. Aber dieser Film war alles andere als ruhig. Er war für das junge Publikum, das hat man gemerkt. Und alle bemerkenswerten Szenen aus den ehemaligen Ghostbusters wurden eigentlich eins zu eins kopiert. Die Terrorhunde waren wieder am Start, die aber diesmal weniger gruselig wirkten. Die einfach nur irgendwie dämlich wirkten. Hat mich auch ein bisschen erinnert an den Predator Hound von Predator Upgrade. Dieser dämliche Hund auf einmal. Das war, ich weiß nicht. Also hat absolut nicht so richtig funktioniert. Der Film an sich war okay. Der war gut gemacht. Aber auch da wieder die Ghostbusters zu sehen. Ganz am Ende noch eine ganz kleine Szene mit Sigourney Weaver und Bill Murray. Die übrigens beide ganz schön in die Jahre gekommen sind. Das muss man denen. Aber ich meine, sie sind ja auch schon etwas älter. Da will ich jetzt gar nichts sagen. Aber also denen zwei sieht man es mal extrem an. Bei Dan Aykroyd hat man das gar nicht mal so gesehen. Und bei dem anderen Schauspieler, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber der hat noch ziemlich fit gewirkt, muss ich sagen. Der andere Ghostbusters, der Dunkelhäutige. Mir fällt jetzt der Name nicht ein. Tut mir leid. Er ist, glaube ich, auch, sage ich jetzt mal von den Schauspielern her, der Unbekannteste. Aber mein Namensgedächtnis ist sowieso Schrott. Das wisst ihr ja. Auf jeden Fall der Film an sich mit diesem Möchtige an Slimer. Da hätte mir wirklich so ein richtiger Slimer besser gefallen. Der richtige Original-Slimer. Was ich jetzt ganz süß fand. Die waren wirklich niedlich. Da könnte ich mir sogar einen extra kleinen Film vorstellen. Hier mit diesen Marshmallow-Männern. Mit den ganz kleinen. Die waren ja mal drollig. Die waren mal wirklich putzig. Wie die sich da selbst vernichtet haben. Das hat mich aber teilweise irgendwie wieder an Gremlins erinnert. Ich weiß nicht. Oder Gosa. Die Auferstehung von Gosa. Mit Schlüsselmeister. Und die Story haben wir alles gekannt. Und das hat alles so nachgemacht. Gewirkt. Als hätte man wirklich den ersten Teil oder den zweiten nochmal drehen wollen. Mit anderen Schauspielern besetzt. Und in einer anderen Kulisse. Irgendwie hat mich das alles so sehr daran erinnert. Und an Ghostbusters 1 und 2 wird dieser niemals rankommen. Ich würde sogar wetten, dass wenn ich jetzt alle drei, den mit den Mädels, lassen wir weg, mit den Mädels. Obwohl nehmen wir den auch noch mit rein. Wenn ich alle vier, wenn man alle vier gucken würde, mit Leuten, die sich damals die Filme schon reingezogen haben und diese eventuell lieb gewonnen haben, so wie ich. Und jüngeres Publikum, sagen wir mal so 18-Jährige und dann vielleicht sogar noch 12-Jährige oder was. Ja, welchen die geiler finden. Und ich könnte mir vorstellen, dass der mit den Mädels oder der Neue sogar beim jüngeren Publikum besser ankommt. Ja, als bei, als, als, als die alten Streifen. Weil ich meine, es ist halt teilweise auch die Technik. Die Jugend und die Kinder von heute, die kennen ja dieses Wort Technik, verbinden sie direkt mit Laptop, mit iPhone, mit, äh, mit den ganzen, mit den ganzen technischen Schnickschnack. Und damals, ich meine, die hatten da ihre, ihre, ihre technischen Geräte, die geblinkt haben, gemacht haben. Das gab es ja alles damals gar nicht, ja. Also, irgendwelche Gerätschaften, die halt so, 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 so neumodisch wirkten. Das, das wirkte hier irgendwie so wie aus dem anderen Jahrhundert, was es ja eigentlich auch ist, ja. Ich meine, 80er Jahre, aber, ähm, so richtig vom Hocker hat mich der Film auch nicht gehauen. Also, so richtig abgeholt hat er mich nicht. Äh, ich hab ihn geguckt und ich fand auch die ein oder andere Szene ganz, ganz witzig. Aber die, die Story an sich, die war dann doch auch noch ein ganz kleines bisschen, ähm, ähm, äh, hätten sie mehr draus machen können. Also, ihr seht, ich hab jetzt drei Filme, also eine Serie, zwei Filme, äh, besprochen und, äh, bewertet, mehr oder weniger, äh, mein Feedback dazu gegeben. Eben, äh, und ihr seht, ich bin, ich bin mit allem irgendwie ein bisschen einverstanden, aber nicht, grundsätzlich nicht alles zu 100% geil. Muss ich ganz ehrlich sagen, find ich auch ein bisschen schade, dass ich da jetzt zu keinen der drei Dingern sagen kann, absolut sehenswert, richtig Bombe, mega klasse. Aber ich muss ganz ehrlich dazu sagen, in der letzten Zeit hab ich solche Titel geschaut, die mich extrem abgeholt haben. Und wo ich euch jetzt, äh, demnächst mal so ein Feedbacks, äh, so eine Feedbacks-Reihe, oder besser gesagt, eine Folge aufnehme von drei Dingern, die mich komplett begeistert haben. Entweder Serien oder Filme. Und, äh, auch da bin ich auf eure Meinung gespannt. Schreibt mir eure Kommentare in die Meinung, auch zu diesen drei, äh, Geschichten, die ich euch jetzt mal hier, äh, vorgestellt habe. Ähm, ich hätte mich gefreut, wenn ich was anderes sagen hätte dürfen, zur Serie von Chucky, zu Leatherface 22 oder zu Ghostbusters Afterlife. Da weiß ich immer noch nicht, warum es einmal hier Afterlife heißt und dann wieder Legacy. Ich dachte am Anfang sogar, das sind zwei verschiedene Filme, die gleichzeitig gedreht wurden. Warum man das so macht, keine Ahnung, ist das die deutsche Übersetzung vom Original? Soll das so sein? Ich hab keinen Plan. Auf jeden Fall, ähm, sehenswert war alles, um sich mal eine Meinung bilden zu können. Aber so richtig vom Hocker gehauen hat mich davon nichts. Leider. Ich hätte gern was anderes gesagt. So, dann sind wir mal wieder raus hier. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen, einen kleinen Einblick und ein bisschen Spaß an dem Video. Ähm, wer noch kein Abonnent übrigens meines Kanals, das kann er gerne nachholen. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr kein neues Video verpasst. Und dann sehen wir uns hoffentlich gesund und munter beim nächsten Video wieder. Euer lieber Olli Ankat von OlliAnkat TV. Ciao. Euer lieber OlliAnkat TV. Euer lieber OlliAnkat TV. Euer lieber OlliAnkat TV.